Frisch atmen, lass dich am Mund riechen Moment Jo Hallo meine Freunde, wir haben heute mal wieder eine neue Chaosrunde Und ich hab extra gewartet, hallo Minecraft-Freunde Und jetzt muss ich nochmal später anfangen, wenn mich das so gewartet hat So, ja, ich wollte heute ein bisschen mit Hausfrau beginnen Wurde während des Kampfes mit entity.specialmops.firezobby.com geröstet Was? So, wir brauchen Holz auch Das heißt, ähm Also Nethos, du kümmerst dich ums Artit Ich kümmer mich jetzt erstmal um Holz Da, Birke, Birke, können wir nehmen Ne, das ist ja keine Birke Was ist das eigentlich? Wie, das sind zwei Grabsteine Was? Eakalyptus-Haus? Der eine ist von mir und der andere von Daffy Daffy Gucken wir uns das mal an Oh So, ähm Kannst du mir dann zeigen, wie ich mir am dümmsten eine Spitzhacke mache? Wollt ihr ein pinkes Haus? Ja! Natürlich Oh ne, was Ein rotes Haus, bitte So, miliögerecht Ja, ne, ist klar Aber erstmal schauen Okay, Eisen haben wir jetzt da ein bisschen Dafür bräuchten wir dann auch noch ein bisschen Holz Ihr habt angefangen Haben wir eigentlich schon Paprika und so weiter angepflanzt? Oder sind, äh, oder hab ich, oder sind, oder hab ich gar keine Samen hin? Die sind hier in der Kiste neben der Außenfarm Sind das alles Samen oder sind da auch geerntete Sachen mit drin? Das sind auch ein paar geerntete Sachen mit dabei Ach, das sind Steine Sind die Paprika und so weiter Ja, das lassen wir Du, das weiß ich jetzt nicht was wirklich Die rote Beete Ach, und selbst wenn, haben wir so wenig, da kann ich ruhig noch was pflanzen Ach, die Schocken sind ausgelenkt und Eierpflanzen Ja, das dachte ich mir, dass da drunter nix ist So, wo waren nochmal unsere Eisenfische da? Die waren im Keller Ja, acht Stück So, und gar nix Ähm, die... Im Ofen oder in der Smeltery braten Wir brauchen unbedingt mal irgendwie Eiche oder sowas Ignoriert mich ruhig, okay Was, was, was wolltest du? Ähm, die Eisenbären im Ofen oder in der Smeltery Ignorieren Gut, okay, dann ignorieren wir Äh, nein, in den, äh, in den, äh, in den Schmerz, äh, Dingen rein Äh, und... Einfach rein, äh, du machst da rechtsklick drauf Okay, hab ich... Das Beet ist zu klein, mach das mal größer Das innen drinnen Mal schauen, ob wir genug genug Erde haben Größer, größer, jetzt mach mal das Beet größer, 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 größer Mama Was denn, das hat keine GEMA mehr Seid ihr da nie so sicher? Ja, bei der GEMA weiß man nie Doch, doch, der Musiker ist mehr als 75 Jahre tot Äh, okay Mozarts Lieder sind auch noch GEMA geschützt, soweit ich weiß Also... Nein Nur wenn sie von einem bestimmten Orchester gespielt wurden Okay, ich glaube, ich hab wieder meine normale Hintergrundmusik kümmert Meine YouTube-Videos So klassische Musik-Hintergrund Ja, aber nein Ach, Krause Tötet es, bevor es Eier legt Genau, bin ich auch dafür Warum wollt ihr Daffi töten? Wieso Daffi? Das da! Da! Nein, ich versteck mich Das der Reiche da! Leute, wir haben hier einige Pflanzen unter anderem Zimt, Mango, Kirsche, Sternfrucht und Vanilla Ja, lass uns einen Obstsalat machen Vanille, Bäume Da muss mal jemand von euch einen würdigen Platz finden Ich stopf mich hier gerade mit Essen voll Feuerstein-Schmitz-Hackelkopf Da hab ich noch irgendwas, jo Ey Leute, wir brauchen ein größeres Beet Bin ich schon dabei Wieso läuft denn hier Wasser runter? Das ändern wir mal Das ist ja gar nicht gut So Dann weg damit So Okay Jetzt ist das Holz da oben Gummis ab Wir lassen dich fliegen Ich hab jetzt so einen Feuerstein-Spitzhacken-Kopf Wie mach ich daraus jetzt einen Spitzhacker? Ähhh Daffi? Jo, ich komm schnell raus Du musst äh Hast du ähm Du musst äh Wieso brauchst du das? Wir sind schon weiter Wir sind schon bei Eisen Du weißt das Du weißt, dass ich unfähig bin Wenn ich ganz kotzen mag Du weißt, dass ich unfähig bin Den musst du lernen denn Ja So, okay Ich hab auch immer noch das Kupfer Ich würde sagen Ich würde sagen Ich würde sagen Ich würde sagen Bitte? Ähm, wenn du mit der Maus drüber gehst Siehst das Ich schau mal kurz nach Wir haben 75 Ingots Eisen Also Bahn Hat mal bitte irgendjemand für uns Zeugs? Warte Was für Zeugs? Äh Beetgröße und Essen vor allem Ähm Beet kann man noch größer machen Ich will mal gerade hier so ein bisschen den Eingangsbereich machen Darf ich? Ich würde sagen Ich hab noch Samen, aber ich hab kein Beet mehr Warte mal Das machen wir hier Ähm Ja, damit wird das nix Und ich weiß nicht, wer diese komische Hacker hat Ich nicht Ich Dann mach ja mal Beet Ich hab hier auch noch eine Einstecken Ich hab nochmal zwei Bären Das machen wir hier Ich will erstmal hier ein bisschen Platz machen Dass wir hier einen vernünftigen Eingangsbereich bauen können Ich brauche mal ein bisschen viel Oh, hier sind Eisenblöcke Da sind Eisenblöcke in der Smeltery Was ist das da oben? Oh, da sind Eisenblöcke in der Smeltery Das sind keine Eisenblöcke Oh nein, ich bin gefangen Ich komm schon wieder raus Dann stirb Uff Hier ist es heiß drin Okay, das weg Wieso springst du da auch rein? Ich dachte, man kann auf die Eisenblöcke drauf springen Ich wollte es einmal warm haben So Äh, das Holz Das will ich auch mal Das machen wir hier Kann ich das hier überhaupt mit meiner Spitzhacke abbauen, damit du wieder rauskommst? Ah, ich sterbe gleich Also Kein Problem Okay So Wie ich das mache? Den obersten mache ich wieder weg Irgendwo hatten wir doch auch noch Holz Dann machen wir hier Holz Eukalyptus Ich will mal schauen, ob ich damit auch die Teile herstellen kann Wie lange nehmen wir schon auf? Ich habe vergessen auf die Uhr zu schauen Ich guck gleich da im Moment ja mal 7 Minuten 22 Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Los, 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 los Ich habe noch ein bisschen was einstecken Ja, ich auch Ja, eine Smeltery hat mich angegriffen bei Nacht und da bin ich einfach so gestorben Smeltery Ist klar Jo, alles klar, nehme ich gleich Ich bräuchte noch ein bisschen Essen Oh nein So, warte, ich muss erst mal gucken Ähm, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Machen wir da Hier kommt Wasser rein So, dann brauchen wir hier einmal Wasser Nein, hier muss auch kein Wasser Hier muss Wasser rein Was? Da hier drüben ist doch schon gesättigt, von hier her Ach so, ja, 1, 2, 3, 1 weiter nach hinten Ja, halt da hinten So Ich bin gleich für dich da, Wookie, ich suche nur kurz den Schuße Oh, er ist gleich für uns da Den kannst du, glaube ich, lange suchen Der hatte eine Klammer im Inventar, wie immer Nein, der ist hier, ich habe ihn schon gefunden Die coolen Fische sind nicht mehr da Ach, wir können die wiederholen, wenn du willst Oh nein Ja Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hier, das kam mir so vor, als würden hier gleich, äh, Silberfische rauskommen, aber noch nicht Apropos, da hat noch jemand, da hat noch so ein Daffi mal Ich höre hier, ne Zum Pflanzen Hohle erstmal Wasser Ich hab keinen Eimer Ne, jetzt sag ich, ich darf da nochmal reinspringen Hier, hol mal, hol mal Wasser einer, sonst, äh, grabe ich das hier umsonsten um Ich hab keinen Eimer Ja, aber dann mach einen Eimer Wasser ist drin Ich hätte mich da einfach rauskommen können So Ähm, ich bin doch hier noch dabei, hier das abzubauen, hast, ach, hast du schon Wasser drin? Jo, hab ich gerade reingesetzt Ja, warte Wie deine Striche Geh auf den Strich Ja, Ma Das Akzent wird hart Schmeck's? Oh Also Ich hab jetzt die Wooden Tool Rods Jetzt bräuchte ich die noch Warte mal Ich möchte ganz gern hier noch Licht anbringen Das hier, das grabe ich noch ein bisschen raus, da mach ich noch Erde rein Können wir hier auch noch was hinsetzen? Ich hab ne Kokonat Dass man die einfach zu essen kann und nicht erst irgendwie gegen den Kopf hauen muss Vielleicht macht er das ja, du kriegst doch nicht mit Das müsste man hören Vielleicht haust du dir direkt aufs Rohr und das Rohr wird in dem Moment trotz geteilt Ah, das könnte natürlich sein Dann würde man aber Schmerzen fühlen oder irgendwie einen Schaden bekommen Du willst denn die Schmerzen in Minecraft fühlen? Alles ist möglich Okay Ja Wenn du jetzt kurz Zeit hast, kann ich dir zeigen wie es deine Baum ist Okay, okay, okay Ich bin unruhig Ah, meine Spitzhacke ist kaputt Muss meine Spitzhacke reparieren Wollte ich jetzt mal gucken, was für ein Material ist hier eigentlich So darf ich Äh, Wind Siehst du, ich hab hier jetzt dieses, äh Ja, Mann, nein Pickaxe, Cast Head drinnen Ich bin schwede Hier innen jetzt Eisen auswählen Wirst du was, das machen wir so Halt, äh, äh Ich hab nur einen Ich hab nur einen Weil es gequält ist Jetzt hier Und dann steht ja da Wo es rein muss Okay, äh, kurz die Pickaxe Da Ah, okay Äh, da wäre eine Schaufel gut Habe ich noch Ich werde Gärtner und Koch Ich kümmere mich um die ganzen Essenssachen So, Schaufel kaputt Ja, ist klar Was suchst du denn? Ähm, die Schaufel müsste repariert werden Und ich hab jetzt keine Lust zurückzulaufen Geh, ich komm gleich Halt, hier muss man ein bisschen weg So, und hier machen wir nochmal ein bisschen Licht Ah, nein Ja, gut, dass du ihn gleich gekillt hast Ja Schaufel? Ja Ich steh hinter dir Hast du, hast du eine Heide Schaufel? Nee, aber ich könnte dir da einer reparieren, wenn es mir gibt Das finde ich gut, hinter dir liegt sie Ah, okay Weil hier den Kies, den kann man mit dem Teil, was ich hier habe, nicht so gut abbauen Mhm Ich hab das auch gerade eben Cover gesehen So, das geht aber damit Ähm, dann, ja, Blueberries Die Nählen wir uns nochmal Habe ich jemanden mit dieses Zeug ausgeliehen, diese Dünger, oder? Der Alle So Das dann muss auch raus Wir brauchen nochmal die Spitzhacke Hey, hallo Ich hab keins Ähm, wo haben wir Gerste? Moment Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt Naja, jetzt habe ich sie dir gegeben Hey, ich bin Dünger Äh, mein hier Egal Ich glaube, das wirst du gar nicht sehen Ähm, jetzt habe ich neuen Garlick Ja, aber ich mach dir die nächste Spur Also Mythos, die Arme hat jetzt deine Schaufel Äh, Schaufel Ja, aber gib mir die Schaufel, bitte Wer nicht Dünger bekommt Äh, ich hab 8 Dünger Äh, gib mir die Schaufel, dass ich hier weitermachen kann Sonst kann ich hier nicht weiterbrühen Dann musst du doch mal wechseln Ähm, danke Weil eine Spur brauchen wir auf jeden Fall noch Ey, Klammerdut Duden Hier, listen Das ist Knochenmehl Damit kannst du das Zeug auch anbüllen Ja, aber Knochenmehl ist doch viel zu teuer Die feinen Knochen brauchen wir für anderes Zeug Oh, egal Egal Fertilizer, also Also Dünger Äh, nein So Dann da hinten das raus Zack, 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 zack Und dann wird unser Beet schön groß Mhm Haben wir schon das Doppelte jetzt Also, ja mal Jetzt muss das aber irgendwo reichen, oder? Wir sind schon zu weit Das hier wird nicht mehr bewässert Ähm, warte mal Ne, 1, 2, 3 3, 4 Hast recht Dann musst du noch welche in die Richtung machen Äh, nein Äh, nein Nein, das machen wir anders hier Versuchen wir ein bisschen drauf zu hüpfen Ne, dann hast du ja wieder Erde Ja, das ist ja der Plan Nein So, schön Äh, Mepos Das heißt, warte mal Ja, aber hier müssen wir ja auch beleuchten hier Dass es auch wächst Das bringt uns ja alles nichts Dann mach weiter in die Richtung hier Warte mal, ich will das auch noch mitnehmen hier Wookie, du bräuchtest jetzt noch ein Bett, oder? Ja Ey Oh, warte mal, wir haben hier die ersten Scherben noch Und was ist das? Ähm, Apatiterz Ah, da kommen wir schon noch aus Was, Apatiterz? Ja Okay Da hast du Okay Ja, Apatiterz werden wir glaube ich noch eine ganze Menge finden Ja, haben wir auch Ich glaube ich habe als ein Stack Ich habe nur 16 Stacks Dünger gemacht Das nehmen wir mit So So Dann machen wir hier Vielleicht mal so einen Durchgang Dass man hier lang gehen kann So, wie so ein Weg hier Ganz fattig Wir waren auch da mal hier So, ich habe da hier Da Da habe ich das gesehen Äh, ich habe noch mehr Abatit gefunden, Jammer Oh, da haben jemanden, der schläft Ja, ne, ich habe nur mein Squad Äh, ich werde hier eingebaut So Ich glaube es müssen auch nur 50% der Leute, die auf dem Server sind schlafen Ähm, ich meine 75%, aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert wurde Okay, ich lege mich jetzt mal hin Wenn ich nicht gewohnt habe Wenn nicht, ich kann ja auch, ähm, Moment Ich bin Monster in der Nähe Achso, ich habe in deinem Bett geschlafen Monster in der Nähe, wo? Für ein Zombie Da unten Ja, dann hauen wir den weg Okay Ah Ich bin raus im Bett gerutscht Legen wir uns hin Äh, wieso kann ich mich nicht hinlegen, verdammt Danke Ah, weil es Tag ist Du, ich habe hier dein Bett mal kurz gelegt Ja, äh, ich habe hier mal in dein Bett gelegt, aber ja, okay Also Falls jemand schon braucht, ich habe jetzt Warte mal, hier ist eins Ähm Moment Ihr teilt euch doch auch so im Bett Das ist doch für euch kein neues Gefühl So, ich möchte, dass das so Entsprechend im Feld ist, so Meso? Ja? Ich habe jetzt 20 Baumstämme Als du brauchst Was für Baumstämme? Äh, Sprucewood Moment, ich schmeiße dir mal eins hin Ah ja, das ist schon Das ist vielleicht, ähm Fichtnords Ja, 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 ja Wenn du willst, hier sind die 19 Dankeschön Dann gehe ich nochmal auf Reise Hast du neue Setzlinien gleich gesetzt? Ja, habe ich Dann kann ich den Quatsch hier nämlich wegmachen, das sieht mir blöd aus Ich gehe auch jetzt gleich nochmal hinter Ja, mal hast du noch irgendwas zu essen für mich? Nein, aber ich habe einen Haufen Samen, die gepflanzt werden wollen Hm Das hilft mir nur bei meinem Hungerproblem nicht weiter So, wie machen wir das aber anders Bitte nicht Hang das nicht an Äh, Moment da Sag doch mal, es witzelt mehr als in der Hand Oh, Knoblauch Jo Jo Ja, da wird so einen richtig frischen Atem Ja, da wird so einen richtig frischen Atem Ah, lass dich ja mündlich So Moment Hm Ich mag nur Knoblauchgeruch Ähm Mach den wirklich Miep So Mag mal hier Ich mag mal hier Okay So Ja gut Da haben wir schon mal hier den Eingangsbereich So ist doch gut, ne? Okay Das Beet ist zu klein So Dann können wir mal Moment Mietos, du wolltest dir schon vor mindestens 10 Minuten sagen, wie lange wir schon aufnehmen Ja, ich habe dir auch gesagt, zu dem Zeitpunkt hatten wir 7 Minuten und jetzt haben wir 18 Minuten 18 Minuten, gut, dann mache ich nur noch den Eingangsbereich hier fertig, würde ich sagen Das reicht dann auch Jeder hat sich versprochen, wir haben eine 20 Sekunden So, und eine Tür brauchen wir jetzt noch Ja, Mietos, wir haben erst 20 Sekunden aufgenommen, das kommt dir jetzt nur so lange vorbehalten Nee, 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 mein Freund, darauf falle ich nicht rein So Ich muss nur noch ganz kurz was schauen hier Mietos, du bist schnell alt Moment, ich will mal gerade was gucken Die? Nee Machen wir die Tür Dann ist sie noch blöder Mietos, meine Frage, warum heißt Herrenschokolade, Herrenschokolade? Weil es nicht Frauenschokolade heißt Nee, warum nicht? Ja, weil wegen ist so Weil wegen ist so Nehmen wir die So Zack So, da haben wir jetzt unseren Eingang Och, sieht der toll aus, Mietos Das hast du aber toll gemacht Ja, ne? Ja Warte, ich will auch sehen Warte, ich will auch sehen Wir können ja, wir können ja noch ein bisschen drum herum bauen Mietos Dass das wie so ein ganzes gestützt aussieht Mietos Bitte? Auf erstes war es nicht nur auf den Eingang fertig und dann philosophierst du mich denn hier noch verbessern könnte Mietos 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 Probieren wir was anderes aus Ne, mit drei Du bist mit drei Herren in einer einsamen Welt und man wird die Eingang euch nach Hause bringen Ja Ne, ist klar Mietos Moment Moment, ich könnte dir glaube ich noch welche bauen auf die schnelle Ich hab noch eins eins bauen Du beendest jetzt die Aufnahme Nein Ja Der Eingang wäre jetzt fertig gemacht So Wann ist er denn fertig? So, der ist fertig Ja, aber wir können noch ganz entscheiden Das machen wir beim nächsten Mal Das muss sein Ich würde sagen, wir können ja noch hier außen rum Moment Das können wir ja noch ähm so ein bisschen so Ne? Hier das ist für die Symmetrie gut So Moment Ey was für eine Symmetrie Juhu So Kannst du mir nochmal sagen ob du zu welcher Sexualität du angehörst Ich finde das nur meine Symmetrie-Stütze Bitte was? Welche Sexualität gehörst du nochmal an? Äh, hetero Okay Ja ja, Mietos Sehr höchstreicher Muss ich dir ehrlich zugeben Nein, lass den Quatsch Sonst kann man da gar nicht mehr rein Äh, wer will denn auch rein? Wir Also unser Essen alles drin Mein Essen Ich bin hier für das Essen verantwortlich Mietos, hier steht so ein komischer Block der stört Danke Baut zum ersten aber nein Äh, warte mal Warte mal, warte mal Ich bin gerade überlegen Ich bin gerade überlegen Überlegen Warte mal, warte mal Jetzt sind es 20 Minuten bestimmt Kriegen wir da noch irgendwie Mietos Mietos Quatsch Ich will, dass wir doch eben cool bauen Äh, das ist nicht cool Das ist hässlich Ich will es cool bauen, deshalb ja Mietos 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 Mietos